Einen Nachbericht zum Sieg der 05er in Darmstadt dürfen wir Ihnen aus rechtlichen Gründen erst morgen zeigen. Dafür machen wir weiter mit der 2. Liga. Und zwar hat da der 1. FC Kaiserslautern seine Talfahrt gestoppt. Im 2. Spiel unter dem neuen Trainer Konrad Fünfstück gab es gestern Abend zu Hause den 2. Sieg. Und der war deutlich. Gegen Fortuna Düsseldorf hieß es am Ende 3 zu 0. Konrad Fünfstücks Reaktion direkt nach dem...